In diesem Video zeige ich dir zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du in WordPress eine einzelne Seite oder auch einen Beitrag duplizieren kannst. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du Landingpages erstellst und dann nur die Inhalte, aber nicht den Aufbau der Seite verändern möchtest. Dann sparst du jede Menge Zeit, wenn du die Seite kurz duplizierst, anstatt jedes Mal wieder bei Null anzufangen. Diese Duplizieren-Funktion bietet WordPress von Haus aus erstmal nicht an. Ich stelle dir jetzt zwei kostenlose Plugins vor, mit denen du Seiten und Beiträge ganz easy duplizieren kannst. Und das vermutlich beste Plugin, um das zu tun, ist Yoast Duplicate Post. Das kannst du einfach in WordPress bei den Plugins suchen und dann installieren und aktivieren. Und wenn du das getan hast, dann kommt hier unter Einstellungen ein neuer Punkt dazu, und zwar Duplicate Post. Schauen wir hier einmal kurz rein. Hier kannst du einstellen, welche Elemente einer Seite oder eines Beitrags kopiert werden, wenn du duplizierst. Das ist ganz praktisch. Du könntest so zum Beispiel wirklich nur den Inhalt einer Seite kopieren und Sachen wie die Überschrift oder das Beitragsbild bei Beiträgen und so einfach rausnehmen. Dann musst du es halt nicht noch extra löschen bzw. austauschen. Das kannst du dir so einstellen, wie du es brauchst. Außerdem kannst du hier unten einen Titelpräfix einfügen. Das kann durchaus Sinn machen. Dann wird eben das hier vor dem duplizierten Beitrag oder der duplizierten Seite angezeigt. Und dann siehst du eben in der Übersicht immer direkt, dass es sich hierbei um eine Kopie handelt und eben nicht um das Original. Dann haben wir die Berechtigungen. Hier legst du fest, welche Benutzerrollen in WordPress die Möglichkeit haben dürfen, Seiten und Beiträge zu duplizieren. Und du stellst hier unten ein, für welche Beitragstypen es diese Option überhaupt geben soll. Also du kannst hier zum Beispiel die Beiträge auch rausnehmen oder die Menüs zusätzlich noch aktivieren. Das sind soweit die Einstellungen für das Plugin. Die kannst du am Anfang einmal durchgehen, musst du aber nicht mal unbedingt. Du kannst auch nach der Installation einfach direkt loslegen. Wenn wir nämlich jetzt mal in die Seiten reingehen und du hier mit der Maus drüber gehst, dann siehst du jetzt hier direkt diese Option duplizieren. Und wenn ich jetzt hier einfach mal draufklicke, dann wird diese Seite eben dupliziert. Und hier steht jetzt eben entsprechende Kopie davor, so wie ich es gerade eingestellt habe. Und dann steht hier natürlich Entwurf. Also die Kopie wird dann natürlich als Entwurf gespeichert und nicht direkt veröffentlicht. Und hier kannst du dann jetzt also einfach reingehen und die Seite ganz normal bearbeiten. Das Duplizieren ist also super easy. Es ist wirklich nur ein Klick. Warum ich dir Yoast Duplicate Post unbedingt vorstellen wollte, ist aber eine andere Funktion, die das Plugin habt. Und die es nämlich auch von anderen abhebt. Und zwar ist das das Überarbeiten und Wiederveröffentlichen. Das ist besonders für Blogartikel interessant, die Du nach einer Weile überarbeiten und aktualisieren willst. Für Seiten aber ganz genauso. Ich lösche dazu mal diesen Entwurf hier noch, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Und hier siehst Du, haben wir nämlich jetzt diese Option Überarbeiten und Wiederveröffentlichen. Hier klicke ich jetzt mal drauf und dann ist es nämlich so, dass wir jetzt hier direkt in diese neu erstellte Kopie reinkommen. Es wird jetzt also nicht einfach nur angelegt, sondern wir sind jetzt hier direkt im Editor drin. Und das ist jetzt auch wieder eine Kopie der Originalseite, so wie gerade. Allerdings ist die wirklich dazu gedacht, die originale Seite zu überarbeiten und dann neu zu veröffentlichen. Es wird also jetzt hier keine neue zweite Seite erstellt, die Du separat veröffentlichst, sondern Du kannst hier Deine Änderungen machen, das Ganze zwischenspeichern und so, ohne dass die Originalseite davon betroffen ist. Wenn Du dann fertig bist, dann klickst Du hier oben auf Republish und dann ersetzt diese Kopie hier quasi die Originalseite. Die wird also, wie die Funktion ja schon aussagt, wieder veröffentlicht. Super praktisch, wenn Du mich fragst, besonders eben, wenn Du vielleicht nicht nur kleine Änderungen machst, die man in einem Rutsch erledigen kann, sondern wenn es große Veränderungen und Aktualisierungen sind, wenn Du irgendwie Sachen komplett umschreibst oder so, die Du eben nicht mal eben an einem Tag fertig hast. Dann kannst Du die Kopie nämlich auch einfach mal zwischenspeichern und wenn Du fertig bist, wird das Ganze wieder veröffentlicht und ersetzt eben die alte Version. In der Seitenübersicht, die schauen wir uns nochmal kurz an, da sieht das Ganze nämlich so aus. Du siehst hier, das ist also die Beispielseite Entwurf und das ist aber eben dieses Überarbeiten und Wiederveröffentlichen. Also es ist so gesehen eine Kopie davon, aber wenn dieser Entwurf dann hier wieder veröffentlicht wird, dann ersetzt dieser Entwurf die originale Seite. Das ist also wirklich eine sehr praktische Funktion, wenn Du mich fragst. Wenn Du diese Überarbeiten und Wiederveröffentlichen Funktion aber nicht brauchst und sagst, gib mir einfach ein Plugin, das Seiten und Beiträge duplizieren kann, dann will ich Dir dafür jetzt noch eine Alternative vorstellen. Diese Alternative ist das Plugin Duplicate Pages, Posts and CPT, das steht für Custom Post Types. Wenn Du das aktiviert hast, dann wirst Du dafür keine extra Einstellung finden, es gibt nämlich keine. Bei den Seiten und Beiträgen, schauen wir uns jetzt mal die Beiträge an, findest Du dann nämlich hier einfach am Ende die Option Duplizieren, wenn Du mit der Maus drüber gehst und dann kannst Du das Ganze mit einem Klick einfach duplizieren. Dann steht hier automatisch Kopie hinten dran, ganz simpel und das war's. Also das ist wirklich die eine Funktion, die dieses Plugin hat. Super easy, Du kannst damit Seiten und Beiträge duplizieren, die Du mit Gutenberg erstellt hast, mit dem Classic Editor von WordPress, aber auch mit Page Buildern wie Elementor. Also auch das ist kein Problem. Wie gesagt, wenn Du damit irgendwelche Landingpages oder sonst irgendwelche Seiten erstellst, dann kannst Du sie mit diesem Plugin mit einem Klick duplizieren. Ganz easy, funktioniert super zuverlässig. Und das sind also zwei Plugins, mit denen Du in WordPress Seiten und Beiträge duplizieren kannst. Die Links zu beiden findest Du in der Videobeschreibung. Du kannst sie aber wie gesagt einfach kostenlos in WordPress im Pluginverzeichnis suchen und dann auf Deiner Webseite installieren. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es Dir weitergeholfen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video.